Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Krypto-Podcast mit mir, Annette Janik, die Kryptopreneurin, und dir, meine lieben Zuhörerinnen, meine lieben Zuhörer. Ja, eine ganze Zeit lang war es still um mich geworden. Ich bin mit meinem Mann durch die USA und durch Kanada gereist, haben viel gesehen, viel gemacht und auf der Rückreise im Februar habe ich noch zwei Wochen in Luzern verbracht und Umgebung war dort auf den Wohlfühltagen. Drei Tage als Sprecherin und als Ausstellerin und in der Podiumsdiskussion alles organisiert von Marco Rossi. Derweil bin ich noch in zwei anderen Online-Kongressen. Marco Rossi hat sein fantastisches Drei-Tage-Event online gestellt im Shift-Up-Kongress. Ich war im Interview und im Online-Kongress von Martin Heiduck, Neues Geld, und mit der großartigen Eva Arbert in ihrem Finanzkongress für Frauen, der aktuell auch noch läuft. Aktuell ist also jetzt Mitte, Anfang Juni 2020. Es hat sich viel getan, es hat sich viel ergeben. Mein Coaching ist gut besucht. Ich habe es zu Ende gebracht bzw. online gestellt. Und ja, eine ganze Menge ist passiert. Ich bin jetzt zurück auf Zypernaktuell. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe viel gelernt, viel gesehen. Alles in allem war es eine sehr interessante, sehr spannende Zeit. Und jetzt geht es mal auf zu neuen Ufern, hier mit dem Krypto-Podcast. Ich habe mir einen ganz lieben Freund, ich sage mal so salopp an Land gezogen, jemand, der sehr tief im Kryptomarkt drin ist, der weiß, wie die Welt gestrickt ist, seine eigene Sicht der Dinge hat, die, und das ist jetzt das Salz in der Suppe, meinen Meinungen, meinen Erkenntnissen oder meinen, wie ich meine Weltsicht auch, sich manchmal wirklich konträr gegenübersteht. Und das ist natürlich spannend, denn nichts ist langweiliger als immer nur Gleichklang im Sinne von gleicher Meinung sein. Dafür braucht es nicht. Aber ihr könnt euch darauf freuen. Er hat eine tolle Sicht der Dinge, interessantes Fachwissen auch. Und so werden wir also die nächsten Podcast-Folgen immer wieder auch gemeinsam gestalten, um euch hier in diese Welt des Kryptos einzuführen, euch Fragen zu beantworten. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Ich werde auch immer hier meinen Link mit runterstellen, wo ihr ins persönliche Gespräch kommen könnt, wenn Fragen da sind. Das sind immer 20 Minuten, die selbstverständlich kostenlos sind. Holt euch ruhig die Informationen. Seid mit dabei. Ich freue mich auf mehr mit euch. Und das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Also kurz und knackig. Bleibt dran. Jetzt in der nächsten Folge schon mit meinem lieben neuen Gast. Mal gucken, wer das ist. Bis dahin, dir einen herrlichen Tag und bis gleich. Ciao. Deine Annette Janik, die Gruppe Fröhneurin.